Wir haben uns in den letzten Stunden beschäftigt mit verschiedenen Typen von Staaten, starke Staaten, schwache Staaten, fragile Staaten, zusammengebrochene Staaten, gescheiterte Staaten und haben gesehen, dass das wirklich stimmt, was wir in der ersten Stunde schon zur Kenntnis genommen haben, dass Staat, also ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher Verhältnisse, ein ziemlicher Ausnahmezustand gesellschaftlicher Wirklichkeit ist, dessen Herbeiführung viel an Investitionen verlangt und der, einmal gestört oder zerstört, so schnell nicht wieder errungen wird. Welche Folgerungen sind aus diesen Einsichten zu ziehen, dass ein inzwischen durchaus nennenswerter Teil der Erde von scheiternden oder schon gescheiterten Staaten bedeckt ist und dass die Vorstellung wahrscheinlich nicht stimmt, dass in absehbarer Zeit überall funktionierende Staatlichkeit, sogar demokratischer Art, bestehen wird. Die Folgerungen, die man mit einem nüchternen Tatsachenblick zu ziehen hat, die bestehen wohl im Folgenden. Es wird die vorrangige Aufgabe wohl wesentlich weniger darin bestehen, gescheiterte Staatlichkeit sozusagen wiederherzustellen, also den bisherigen politischen Ansatz weiterzuverfolgern. Dort ist ein Staat gescheitert. Ja, mein Gott, da müssen wir ihm helfen, dem Staat, dass er wieder auf die Beine kommt und demnächst stabil ist und eine Demokratie einführt. Das haben wir nun jahrzehntelang an verschiedenen Weltstellen versucht, mit durchaus nicht beeindruckendem Erfolg. Wahrscheinlich ist es ein weises Sich-Abfindern mit der Komplexität von Wirklichkeit, wenn man sich sagt, wir müssen Möglichkeiten finden, mit Weltgegenden zurechtzukommen, in denen es eben keine Staatlichkeit gibt, weil sie noch nie da war oder kaputt gegangen ist oder weil dort andere politische Ordnungsformen wie Protektorate oder persönliche Herrschaften bislang für Ordnung gesorgt haben. Wir müssen zurechtkommen mit Weltgegenden, wo Staatlichkeit so schlecht funktioniert, dass zentrale Staatsfunktionen eben nicht erfüllt werden, dass also etwa im Inneren eines Gebietes Recht und Ordnung nicht hergestellt werden. Bislang ist so der westliche Reflex, ja, da müssen wir helfen. Da müssen wir Truppen schickern, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Da müssen internationale Hilfsorganisationen ran, um Zivilgesellschaft aufzubauen, damit diese einen Staat tragen kann. Das sind ehrenwerte Annäherungsversuche. Die Wirklichkeit, die uns belehren sollte, scheint uns zu zeigen, dass das häufiger nicht funktioniert, als funktioniert. Das klingt nur nach Resignation, blickt man aber näher darauf, da wird man schnell einsehen, dass das Problem mit unzulänglicher oder gescheiterter Staatlichkeit kleiner ist, als das Problem zu sein scheint. Denn Staatlichkeit ist, wie wir gesehen haben, ja kein Entweder-Oder. Entweder ein Staat funktioniert oder es gibt keinen Staat. Zwischen einem starken Staat, der alle öffentlichen Güter bis hin zum Luxusgut der sozialen Gerechtigkeit zu produzieren vermag, und einem gescheiterten Staat gibt es jede Menge an Abstufungen. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir auch nicht unsere Kraft darauf verschwenden, überall vollfunktionstüchtige Staaten aufzubauen. Sondern das hier und jetzt Notwendige zu leisten, kann schon ausreichen. Im Grunde ist also ein ganz traditionelles Problem zu lösen. Ein Problem aus Zeiten, als der westliche Staat eben noch nicht erfunden und in Funktion war und folglich noch nicht als Referenzmodell dienen konnte. Und wir haben viele geschichtliche Erfahrungswerte mit Ordnungen, mit politischen Strukturbildungen, die wesentlich weniger waren als ein moderner westlicher Staat. Obendrein lohnt die Einsicht, die zunächst paradox klingt. Entstaatlichung muss nicht notwendigerweise zur sozialen Unordnung führen. Wir haben so immer die Vorstellung, entweder es ist ein Starter und alles ist genau geregelt, bis hin zur Bekleidung, die im öffentlichen Raum angemessen ist, und zu den genauen Abfahrtszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln, oder es bricht gleich alles zusammen. Wenn Sie das Argument der letzten Stunden mitgegangen sind, dann werden Sie erkannt haben, dass vielerlei gesellschaftliche Probleme erst dadurch entstehen, dass man den für alternativlos gehaltenen westlichen Staat in Weltgegenden und in Kulturen einrichten will, welche die Voraussetzungen für einen Staat westlicher Prägung gar nicht haben. Es wird etwas nicht leicht Mögliches verlangt, und da muss man sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Es kann also vermutet werden, dass jenseits von Staatlichkeit, moderner westlicher Staatlichkeit, ihrerseits eine große historische Ausnahme, dass aufs Neue sich stabile Ordnungsformen einspielen werden, die wir als altmodisch, historisch überholt betrachtet haben, wie Protektorate, obwohl wir selbst inzwischen wieder welche eingerichtet haben, Reichsstrukturen, obwohl die Chinesen in Afrika genau mit der Begründung von Reichsstrukturen, also der Oberherrschaft über nominell selbstständige Staaten angefangen haben, oder persönliche Herrschaft, die dort, wo es keine Regierung gibt, eben doch für Ordnung sorgt, für Recht freilich in der Regel nicht. Und obendrein ist es so, dass viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse vor Ort, also dort, wo sie ablaufen, überhaupt keinen Staat brauchen. Es reicht, wenn anderswo sowas wie ein Staat besteht. Technik braucht keinen Staat vor Ort. Autos, die irgendwo produziert werden, die fahren auch dort, wo Bürgerkrieg ist. Waffen, die irgendwo produziert werden, wo es einen Staat gibt, die funktionieren auch dort, wo es keinen Staat gibt. Währung, die etwa in Europa oder in den USA im Umlauf ist, die wird auch dort genommen, wo es keinen Staat mit vertrauenswürdiger Währung gibt. Gerichtsbarkeit, ja, die brauchen internationale Unternehmen schon. Aber wenn ich in Somalia tätig bin, brauche ich ja nicht notwendigerweise in Somalia einen Gerichtsstand. Es langt, wenn meine Interessen als weltweit agierendes Unternehmen etwa in London oder in Paris vor Gericht gehandhabt werden können. Vieles braucht gar keinen funktionierenden Staat, um gleichwohl zu funktionieren. Und bei Bedarf lässt sich auf konkreten Territorien, die keinen Staat haben, von internationalen Nichtregierungsorganisationen, viel an Lebensmittelversorgung, an notdürftige Energieversorgung sicherstellen oder Staaten intervenieren mit oder ohne UN-Mandat, um zweckbezogen die dringendsten Aufgaben zu lösen. Sie intervenieren in staatsfreien Regionen. Oder eben auch nicht, je nachdem, wie die Kosten-Nutzen-Verhältnisse angesichts drängender Notwendigkeiten zu sein scheinen. Wenn man diese Folgerungen sich vor Augen führt, merkt man, dass man aufwachen muss. Aufwachen muss aus dem so lange, so gern geträumten westlichen Traum. Irgendwie, gemäß dem Sinn der Geschichte, entwickelt sich überall ein Staat. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kommt das Ende der Geschichte der Gestalt, dass sich der westliche, liberale Staat alternativ und konkurrenzlos überall auf der Welt durchsetzt. Wenn man die letzten Terroristen-Neste ausgeräuchert hat, dann ist die Welt endlich reif für Demokratie. Das war so ein Traum der 90er Jahre. Von diesem Traum wird es Zeit, aufzuwachen. Es ist freilich kein wirklich schönes Erwachen, weil die Welt wesentlich hässlicher ist, als wir sie uns zurechtgeträumt haben. Und außerdem ist völlig unklar, wie weit und wie gut die Reise mit poststaatlichen Strukturen gehen wird. Es ist das eine zu sagen, naja, der Staat ist ein historisch bedingtes Auslaufmodell, das auf der europäischen Vorherrschaft über die Welt beruhte. Und nach dem Ende der europäischen Vorherrschaft über die Welt kommen eben nicht-europäische Ordnungsformen auf. Die gab es vor dem europäischen Aufstieg zur Weltmacht. Und warum sollen wir glauben, dass mit Europas weltbeherrschender Stellung die Geschichte wirklich ihr Ende nimmt? So kann man reden, und das ist keine falsche Rede, aber damit ist nicht impliziert, dass es gut weitergeht. Es kann unschön weitergehen. Ich würde schon vermuten, dass man so als das Weströmische Reich unter germanischen Einwanderungsdruck geraten war, als nämlich im Oströmischen Reich man die anbrandenden Gotenheere auf das Westreich umlenkte und dann die Ostgoten sich daran machten, Italien zu erobern und dort ihre Herrschaft aufzurichten. Da werden viele Römer gesagt haben, ja, mein Gott, die alten Strukturen waren eh nicht mehr bestandsfähig. Diokletian, Gott hab ihn selig, machte noch einen großen Aufschlag mit Reichsreform, aber so viel hat das nicht gebracht. Es wird schon irgendwie weitergehen. Und immerhin dort, wo wir leben, ist noch alles ziemlich in Ordnung. Und in Gallien wird so mancher, und das wissen wir nun freilich aus manchen Quellen, noch im 6. Jahrhundert so gedacht haben. Gleichwohl kamen ziemlich barbarische Zeiten, die mit den friedlichen und kulturvollen Zeiten des spätrömischen Reiches nicht mehr so furchtbar viel zu tun hatten. Zeiten, aus denen freilich jener Kontinent entstand, zu denen wir uns ständig bekennen, wir, die wir Europäer sein wollen und uns freuen, dass wir po-europäisch sind. Na, dieses Europa entsteht genau aus den dunklen Jahrhunderten nach der germanischen Eroberung des weströmischen Reiches. Geschichte geht weiter. Das heißt nicht, dass sie gut weitergeht oder gleich gut weitergeht, aber so weit sollten wir unseren Blick spannen, dass wir nicht die jeweilige Gegenwart für die Grenzen des Möglichen halten. Damit haben wir unseren Durchgang durch Staatlichkeit und ihre Ausprägungsformen hinter uns gebracht. Gibt es dazu noch etwas nachzufragen? Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir auf die Staatsformen, die es gibt und werden hier in vielen Bereichen wissen, das längst bestehen sollte, noch einmal wiederholend uns vor Augen führen. Und jetzt beschränken wir uns weitestgehend auf zeitgenössische Staatsformen und unterlassen jenen Blick in die Geschichte, der die letzten Wochen für uns so wichtig war. Wir schauen auf eine Typologie funktionstüchtiger politischer Systeme, wobei wir weitgehend auf dem aufbauen, was aus dem Basismodul bekannt ist. Dann schauen wir an, welchen systematischen Stellen wird marginale Staatlichkeit, randständige Staatlichkeit im Gefüge heutiger politischer Systeme hat. Und dann blicken wir auf einige Pathologien politischer Systeme. Zur Typologie funktionstüchtiger politischer Systeme gehen wir vom komplexeren zum einfacheren. Das ist eine Typologie, die Wolfgang Merkel mit nennenswertem Erfolg aufgestellt hat. Sie sehen, dass im Grunde auf genau das Gleiche hinausläuft, was wir hier vereinfacht die ganze Zeit uns vor Augen führen. Drei Systemtypen werden unterschieden, Demokratien, autoritäre Regime und totalitäre Regime und die Unterscheidungsdimensionen, die hier verwendet werden, sind sechs. Wie erklärt man, dass die Herrschaft, die besteht, zurecht ausgeübt wird? Ja, über das Demokratieprinzip und Demokratien, über die Pflege über kommender Mentalitäten. Es ist doch gut, dass wir so gute Könige, so gute Pharaonen oder sonst etwas in unserem Land haben. Lasst uns bei diesen bewährten Dingen festhalten. Mentalitätspflege als in autoritären Regimen und geschlossene Weltanschauungen, die erklären, warum das jetzige Regime weltgeschichtlich notwendig ist in totalitären Regimen unterschiedlichster Prägung. Der Herrschaftszugang kann unterschiedlich sein. Jeder Mann oder jede Frau in einer Gesellschaft kann den Zugang zu politischen Ämtern haben, gegründet auf allgemeines Wahlrecht, wie das für Demokratien typisch ist. Der Zugang zu politischen Machtpositionen kann eingeschränkt sein, wie es typisch für autoritäre Regime ist, die festlegen, wer denn sinnvollerweise zu denen gehören kann, die Macht ausüben. Feinde ganz gewiss nicht. Und bei totalitären Systemen braucht es dann eben auch Leute, die sich in den Dienst der Idee des Staates stellen wollen, als gute Nationalsozialisten, als gute Kommunisten, als gute Muslime oder als sonst etwas. Wer darf regieren? In Demokratien sind es jene politischen Institutionen, die demokratisch legitimiert sind, direkt wie die Parlamente, indirekt wie die Regierungen. In autoritären Regimen sind es eben jene Führer, die sich eben bewährt haben und die im Weg der Kooptation andere in ihren Kreis aufnehmen oder aufnehmen lassen. Und dann legitimieren die sich, dadurch, dass wir sagen, dies und jenes haben wir geleistet, wo stand unser Land vor 20 Jahren dank der tatkräftigen Führung von diesem oder jenem großen populären Präsidenten, stehen wir jetzt, wo wir stehen. Im Notfall kann man mit Repression nachhelfen, wie in so manchen südamerikanischen Staaten üblich. Und in totalitären Regimen haben natürlich jene das Recht zu regieren, die das Richtige tun. Die wissen, was der Sinn der Geschichte ist oder der Wille Gottes ist oder die einfach wissen, dass der Führer, der an der Spitze steht, einfach Recht hat. Der Führer erkennt das Recht und setzt es durch. Was muss man dann darüber noch streiten? Wie schaut die Herrschaftsstruktur aus? In Demokratien typischerweise pluralistisch mit effektiver Gewaltenteilung. In autoritären Systemen will man es mit der Gewaltenteilung nicht übertreiben. Schließlich soll er effektiv regiert werden. Soll man wertvolles Bestehenes nicht in Gefahr bringen? Also, es muss demokratisch aussehen oder soll oder kann demokratisch aussehen, aber in Wirklichkeit müssen jene, die für die Stabilität des Staates Verantwortung tragen, alles in der Hand haben. Ja, und in totalitären Regimen ist es klar, jene müssen die Macht ausüben können, die das Richtige tun. Denn welchen Vorteil sollten Menschen davon haben, dass Leute, die das Falsche tun wollen, die das falsche Bewusstsein, die falsche Religion haben oder Egidt gar keine Religion haben, welchen Vorteil könnte man davon haben, dass man solchen abweichenden Zugang zur politischen Macht gibt? Herrschaftsansprüche in Demokratien typischerweise begrenzt, im liberalen demokratischen Staat, begrenzt auf die Erfüllung grundlegender Staatsfunktionen, Recht und Ordnung, Sicherheit, Schutz nach außen. Wenn man das Ganze sozialstaatlich ausgestaltet, ist der staatliche Herrschaftsanspruch natürlich wesentlich ausgedehnter. Er muss nämlich, um Sicherheit von der Wiege bis zur Ware zu organisieren, natürlich breiteren Zugriff auf das Privatvermögen der Einzelnen haben. Er muss, wenn er soziale Gerechtigkeit herstellen will, eingreifen in die Lebensführung der Einzelnen, etwa durch eine vernünftige Vermögens- und Erbschaftssteuer dafür sorgen, dass der Reichtum der Eltern sich nicht eins zu eins auf die Kinder überträgt und somit neue Feudalverhältnisse in die Welt setzt. In autoritären Systemen ist der Herrschaftsanspruch umfangreich, der Staat legt fest, wie weit er regieren will, aber gut geführt wird er so klug sein, nicht alles und jedes regeln zu wollen, insbesondere nicht das, wo der vehementeste Widerstand zu erwarten ist, nämlich das Gefüge der inneren Überzeugungen eines Menschen. Vor dem inneren Menschen, wie schon Thomas Hobbes formulierte, macht der Zugriff des autoritären Staates Halt. Nach außen hin muss jeder loyal sein, wie er innerlich denkt, ist einem autoritären Staat so lange egal, wie das äußere Verhalten stimmt. Der große Sprung ist der hin zum totalitären Regime, wo es darauf kommt, den Menschen in seinem Innersten umzuwandeln, damit ein jeder einfach erkennt, was das Gute in der Politik ist, dass ein jeder zu einer allseitig vervollkommneten sozialistischen Persönlichkeit erzogen wird oder auf nationalsozialistisch weltanschaulichen Schulern erzogen wird zu einem glühenden Nationalsozialisten, der dann eingedenk seiner überlegenen arischen Abkunft der Welt das Glück bringt, freilich nur den Teilen der Welt, die man rassistisch zu sich zugehörig empfindet. Da ist dann der Gestaltungsanspruch unbegrenzt. Und inneres Abweichletum, also eine negativ staatsfeindliche Einstellung, ist selbst dann nicht zu akzeptieren, wenn sie nach außen gar nicht in Erscheinung tritt. Dann ist der staatsfeindliche Zersetzer nur besonders perfide und deswegen ganz besondererweise staatlich zu Maßnahmen. Und die Herrschaftsweise in der Demokratie ist das, was man Rechtsstaat nennt, Rule of Law, das Recht ist nicht einfach ein Instrument, um das politisch Gewollte durchzusetzen, sondern auch eine Grenze dessen, was der Staat darf. Autoritäre Systeme, die nutzen das Recht, wie unser eins ein Taxi benutzt, man weiß, wo man hinfahren will, folglich beschafft man sich ein Verkehrsmittel und sagt dem Fahrer dasselbigen, wo man hin will, vom Bild in die Wirklichkeit übersetzt. In einem autoritären Regime leuchtet ein, dass man leichter regieren kann, wenn alle Leute sich an bestimmte Rechtsregeln halten. Die Rechtsregeln setze ich aber so, dass genau das, was ich politisch will, vom Recht gefordert und durchsetzbar gemacht wird. Ohne Gewaltenteilung sonderlicher Art. Was ich will, das mache ich zum Recht. Ja, und in totalitären Systemen entwindet man sich der Rechtsbindung überall dort, wo es einem notwendig erscheint. Die berühmte Unterscheidung ist die zwischen dem Rechtsstaat und dem Maßnahmenstaat. Ein Maßnahmenstaat ist einer, wo die politisch Machtausübenden jene Maßnahmen ergreifen, die sie hier und jetzt für sinnvoll erachten. Ohne jemandem Rechenschaft darüber schuldig zu sein, warum sie etwas als sinnvoll erachten. Und Sie sehen, in dieser Darstellungsweise kann man im Grunde alles, was sie an politischen Systemen in der Gegenwart tut, wunderbar unterbringen. Der einzige Schönheitsnachteil ist, dass man gleich sechs Vergleichsdimensionen braucht. Geht es nicht mit etwas weniger auch? Ja, es geht auch mit etwas weniger. Das ist die Folie, die sie kennen. Man unterscheidet politische Systeme nach der Herrschaftsstruktur, ob es Gewaltenteilung gibt oder ob alle Macht in einer Hand liegt, also ein monistisches Regime vorliegt. Man unterscheidet politische Systeme danach, wie ihnen die Willensbildung organisiert ist, konkurrierend, der eine mag das, der andere mag jenes und beide oder alle 35 Gruppen sind legitim darin, das zu wollen, was sie wollen, weil das eben ihre Freiheit in politisches Handeln umsetzt. Oder es kann die Willensbildung monopolisiert sein, in den Händen derer, die sagen, naja, was das Gemeinwohl ist, das wissen wir Bescheid. Und was wissen denn diese ganzen dahergelaufenen Wutbürger über das, was für unser Land gut ist? Wir, die Elite, wissen das, sonst wären wir auch nicht auf unseren Positionen, wenn wir das nicht wüssten. Und die dritte Dimension, woran man Staaten unterscheiden kann, ist der politische Gestaltungsanspruch. Der kann begrenzt sein, etwa auf der Herstellung von Sicherheit im Inneren und nach außen, er kann aber auch ziemlich umfassend sein, bis hin zur Verwandlung von allen Menschen in überzeugte Katholiken oder überzeugte Muslime, denn erst dann, wenn alle auch religiös völlig gleich ticken, kann man eine vernünftige Politik machen. Und Sie sehen, dass das lediglich eine Verdichtung der sechs Dimensionen von Merkel auf drei Dimensionen ist, sagen wir so, mit einer einzigen Ausnahme, denn die Offenheit eines politischen Systems, wie leicht kann man oder kann man überhaupt aus eigenem Anspruch auf Machtpositionen kommen, die vierte Dimension, Offenheit oder Geschlossenheit, die lässt sich bei unserem auf Dreidimensionalität beschränkten Anschauungsvermögen hier nicht abbilden. In diesem dreidimensionalen Merkmalsraum sind wie üblicherweise die Extremkonfigurationen interessant, totalitäre Diktaturen im einen Extrem, liberale demokratische Verfassungsstaaten im anderen und dann der weite Übergangsbereich der autoritären Diktaturen, das ist nichts anderes, als was die Merkelsche Typologie macht. Und das wollen wir uns nun näher anschauen, mit einem Schwerpunkt bei den demokratischen Verfassungsstaaten, gleichwohl werden am Schluss Seitenblicke auf die Diktaturen, die Gegenstand einer gesonderten Vorlesung sind, das notwendige Wissen in nötiger Weise abrundern. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen demokratischen Verfassungsstaaten? Ja, der eine wesentliche Unterschied ist das Regierungssystem. Regierungssysteme können präsidentiell sein, das heißt, die Bevölkerung wählt einesseits den Präsidenten als Inhaber der Exekutivmacht und wählt andern teils eine Volksvertretung. Und beide Exekutive gesondert gewählt und gesetzgebende Körperschaft gesondert gewählt, stehen einander gegenüber mit unabhängiger Legitimation und können auch in Konflikt geraten, wie in den USA, wenn sich dort das tut, was man Divided Government nennt. Der Kongress ist republikanisch, der Präsident Demokrat oder eben umgekehrt und dann kann es, je nach politischer Weisheit der politischen Anführer, zu Knatsch oder zu Kooperation kommen. Politische Systeme können parlamentarisch sein, das heißt, die Regierung geht aus dem Parlament hervor auf unterschiedlichen Weisen, ob man den Regierungschef wählt und ob der Regierungschef von einem anderen, etwa einem König, ausgewählt beziehungsweise vorgeschlagen wird und dann eine parlamentarische Bestätigung braucht. Das kann verschieden sein. Es gibt auch Versuche, beides miteinander zu kombinieren, dass das Volk einen Präsidenten wählt wie in Frankreich, dass das Volk ein Parlament wählt wie in Frankreich und dass dann der Präsident eine Regierung beruft, die im Parlament eine Mehrheit braucht, aber ihm auch gefallen muss. Tja, und wenn das Parlament eine Präsidenten-gegnerische Mehrheit hat, dann wird das eben schwierig und dann sind wir in all den Problemen, die semi-präsidentielle beziehungsweise semi-parlamentarische Regierungssysteme mit sich bringen, dann gibt es noch die Proportsysteme, wie in manchen österreichischen Bundesländern, lange Zeit auch auf österreichischer gesamtstaatlicher Ebene oder in der Schweiz seit vielen, vielen Jahrzehnten, die funktionieren nach der Vorstellung, dass alle politischen Kräfte, die im Parlament vertreten sind, auch Teilhabe an der Regierungsmacht haben sollen, sodass alle im Parlament vertretenen Parteien mehr oder minder proportional auch in der Regierung sitzen müssen. Womit dann das Parlament sich auch nicht mehr zwischen Regierungstrang der Mehrheit und Opposition aufteilt, sondern alle im Parlament regieren und partiell Opposition ausüben. Oder wie es ein Schweizer mal gesagt hat, in der Schweiz gibt es nur eine einzige Opposition, das ist das Volk. Was für eine Demokratie oder gar für eine direkte Demokratie natürlich auch eine etwas präziöse Formulierung ist, dass genau in der direkten Demokratie das Volk die zentrale Opposition wäre, aber hier liegt auch tiefere Sinn zugrunde, auf den wir anschließend noch eingehen werden. Wie schaut es mit der realen Verteilung von Regierungssystemen auf der Welt aus? Parlamentarische Regierungssysteme sind unter den Demokratien am weitesten verbreitet und sie sind auch geografisch ziemlich gleich über die Erde verteilt. Mit einem klaren Schwerpunkt in Europa, dort ist das System auch entstanden, das parlamentarische Regierungssystem ist im Grunde nichts anderes als das Das parlamentarische Regierungssystem ist im Grunde nichts anderes als der Durchbruch von Demokratie in politischen Systemen, die von Fürsten regiert wurden. So fängt das in England an, der König wird nicht durch eine Revolution aus dem Amt gebracht, denn die englische Revolutionsamt Bürgerkrieg war eine vergleichsweise kurze Episode im 17. Jahrhundert, sondern es ist vielmehr so, dass der König vom Regieren auf das symbolische Herrschen zurückgedrängt wird und die tatsächliche politische Macht zum Führer der Parlamentsmehrheit wandert und irgendwann das Parlament demokratisch gewählt wird. Das ist der Leitgedanke von parlamentarischen Regierungssystemen, die deswegen mit Monarchien wunderbar kompatibel sind. Es kann einem demokratisch geführten Ministerpräsidenten völlig egal sein, wer unter ihm König ist oder neben ihm König ist, weil der König eben keine reale Entscheidungsmacht mehr hat. Semipräsidentielle Regierungssysteme konzentrieren sich auf West- und Osteuropa. Die Franzosen haben sich eines in der Fünften Republik zugelegt und in den nachsozialistischen osteuropäischen Staaten versuchten viele Leute mit großer Schlichtheit des analytischen Gemüts sozusagen die besten Elemente westlicher Regierungssysteme bei sich aufzubauen, wie es die Deutschen in der Weimarer Republik auch versucht haben. Und dann entstehen eben Systeme mit einer nicht runden Funktionslogik, wo eben die Regierung sowohl vom Staatsoberhaupt wie vom Parlament abhängig wird und es keinen Mechanismus gibt, die Mehrheit des Staatsoberhauptes mit der Mehrheit des Parlaments irgendwie systematisch in Übereinklang zu bringen. Präsidentielle Regierungssysteme dominieren auf dem amerikanischen Kontinent, zumal in Südamerika. Warum in Südamerika? Ja, Nordamerika besteht aus Kanada, wo es eine englische Kolonie gewesen ist und folglich das englische System übernommen hat, aus den USA. In den USA entstand das präsidentielle Regierungssystem im Grunde als die republikanische Form der konstitutionellen Monarchie. Als die Amerikaner ihre Verfassung machen, ist im Mutterland England ungefähr ein Gleichstand zwischen der Macht der Krone und der Macht des Parlaments erreicht. Sozusagen perfekte Gewaltenteilung, das wollten die Amerikaner bei sich auch haben, der Freiheit willern. Und nachdem man ja schlecht einen Erbmonarchen einführen konnte und das auch gar nicht wollte, musste halt der Staatsoberhaupt einen anderen Titel als König bekommen, nämlich Präsident. Und ein Präsident muss nochmal gewählt werden, wobei am Anfang George Washington noch, wenn ich es recht im Kopf habe, in einer königsähnlichen Kutsche sechsspännig vorfuhr. Das hat sich dann später in der Weise demokratisiert, dass auch die amerikanischen Präsidenten mit dem Auto fahren, freilich mit sehr besonderen Autos, wie man der Presse unschwer entnehmen kann. Und in Südamerika hat man das nordamerikanische System kopiert. Einesfalls, weil die südamerikanischen Systeme ohnehin monarchisch regiert waren mit europäischen Königen, dem spanischen König, dem portugiesischen König und Vizekönig im eigenen Land, denen mehr und mehr Vertretungskörperschaften gegenüberstanden, sodass die Übernahme des amerikanischen Modells irgendwie naturwüchsig wirkte. Wie schaut es aus mit der Stabilität von Regierungen in verschiedenen politischen Systemen? In präsidentiellen Regierungssystemen hängt die Stabilität der Regierung von der Stabilität des Präsidenten ab, weil er die Regierung nicht aus dem Parlament hervorgeht. Da ist das übliche Muster, dass das Präsidenten, die wirkungsvoll regieren, immer mehr Macht amassieren und am Schluss präsidentielle Regierungssysteme in autoritäre Diktaturen verwandeln, von denen man dann schlecht wieder herunterkommt, wie derzeit das Beispiel von Venezuela auf das schönste Zeichen. In parlamentarischen oder semi-parlamentarischen Regierungssystemen ist die Sache anders. Dort geht er die Regierung aus dem Parlament hervor, braucht dort eine Mehrheit und je nachdem, wie das Volk mit dem Wahlrecht umgeht und was es für ein Wahlrecht hat, entstehen eben Parlamente, die eine stabile Regierung tragen oder eben nicht tragen können. Die wesentlichen Befunde wollen wir uns anschließend ansehen. Regierungsstabilität kann man wie alles auf der Welt messen anhand von Indikatoren. Der in der vergleichenden Systemanalyse übliche Indikator ist die Dauer, in der eine Regierung im Amt sich befindet, hier definiert als eine Regierung in der gleichen Parteienkombination. Scheidet eine Partei aus der Regierung aus, entsteht bei dieser Messweise eine neue Regierung. Kommt eine Partei neu hinzu, entsteht eine neue Regierung. Wählt das Volk überhaupt eine neue Regierungsmehrheit, kommt es natürlich auch zu einer neuen Regierung. Und diese Regierungsdauern, so definiert, kann man natürlich präzis auf Tage, auf Wochen, auf Monate hin festlegen, sodass man dann so feinkörnig, wie man nur will, messen kann. Der Befund für die westlichen Staaten mit konsolidierten Demokratien, die ich Ihnen auf einigen Karten ja gezeigt habe, wo die sich befinden, insbesondere in Westeuropa, beziehungsweise in Australien und Neuseeland, auch in Südafrika lange Zeit, der Befund für Industriestaaten mit konsolidierten Demokratien sieht so aus. Dort, wo ein Staat ein Mehrheitswahlsystem hat, also ein Wahlsystem wie das Englische, wo das Wahlsystem dorthin wirkt, dass man nicht sehr viele Parteien hat, sondern zwei oder maximal drei Parteien, zwei starke, eine schwache, wo also die Mehrheitsbildung im Parlament vergleichsweise einfach ist, wo also Regierungen eine halbwegs verlässliche Parlamentsmehrt haben. Dort haben Regierungen im Durchschnitt eine relativ lange Verweildauer, nämlich knapp sieben Jahre. Dort, wo es ein Verhältniswahlsystem gibt, wo also viele Parteien, vergleichsweise viele Parteien in den Parlamenten auftauchen, dort ist in der Regel die Regierungsbildung schwieriger, der Zusammenhalt von Koalitionen etwas problematisch. Schauen Sie auf die Koalition derzeit in Sachsen-Anhalt, wo CDU, SPD und Grüne gemeinsam regieren, also jene Parteien, die üblicherweise in Deutschland Konkurrenten sind, dann haben sie ein nicht so ganz wunderbar von innen her zusammenhaltendes Regierungsbündnis. Und wo immer das erzwungen wird durch ein Verhältniswahlsystem mit mehr Parteienparlamentern, kommt es nicht überraschend, dass die Dauer von Regierungen klar geringer ist, dass also dort, wenn man ein Verhältniswahlsystem hat, Regierungsstabilität geringer ist. Wenn man dann politische Systeme wie das Deutsche hat mit Verhältniswahlsystem und trotzdem einer enorm großen Regierungsstabilität, dann lohnt schon die Nachfrage, warum das so ist. Die wollen wir aber an dieser Stelle nicht beantworten. Die ist Thema der Vorlesung zum System der Bundesrepublik Deutschland. Wir halten hier fest, dass das Wahlsystem die erwünschte Wirkung durchaus tut. Denn Wahlsysteme haben wir nicht nur in Demokratien für eine halbwegs sinnvolle Widerspiegelung von Bevölkerungspräferenzen auf der Ebene des gesamtstaatlichen politischen Entscheidungssystems zu sorgen, sondern in parlamentarischen Systemen eben auch für Regierungsstabilität. Denn was nutzt einem die schönste Demokratie, wenn die Regierung nicht mehr zum Regieren kommt, sondern von einer Krise in die nächste taumelt? Dann werden Bevölkerungen ihrer Demokratie rasch überdrüssig, wie das in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik leider Gottes mit ganz furchtbaren Wirkungen der Fall gewesen ist. Auf der nächsten Folie sehen wir die Zusammenhänge noch ein wenig anders ausgedrückt. Wir betrachten die letzten zwei Spalten nicht für unseren Zweck, sondern gehen auf die ersten. Hier finden Sie die Regierungstypen aufgelistet, die seit Leibhardt die internationale Sprechweise prägen. Einparteienmehrheitsregierungen, wie sie etwa der Freistaat Sachsen in seinen frühen Jahren und der Freistaat Bayern während vieler Jahrzehnte kannte. Es gibt Einparteienminderheitsregierungen, die, wie Sie sehen, relativ selten sind, während die Einparteienmehrheitsregierungen doch relativ häufig vorkommen. Ja, und wenn das nicht geht, wenn eine Partei weder allein die Mehrheit hat, noch es schafft, als Minderheitsregierung ins Amt zu kommen und sich dort zu halten, dann hat man eben Koalitionsregierungen. Koalitionsregierungen unterscheidet man nach drei Gruppen. Das eine ist die Minimal Winning Coalition, das ist jene, die man als die kleinstmögliche Koalition bezeichnen kann. Genau so viele Parteien machen eine Koalition, wie notwendig sind, um im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Dann gibt es eine Minderheitskoalition. Es kommen nicht einmal so viele Parteien zusammen, dass im Parlament die Mehrheit hätten, aber immerhin so viele, dass ein politischer Kurs gefahren werden kann, der manch andere Parlamentsfraktion so wenig abschreckt, dass es immer wieder möglich ist, fallweise von Gesetz zu Gesetz auch aus anderen Parlamentsfraktionen Stimmen zu bekommen. Und dann gibt es die Oversized Coalition, das heißt Koalitionen, die größer sind, als sie sein müssten. Die können dann, wie in Deutschland eine große Koalition, eine gigantische Mehrheit haben. Aber sehr häufig haben sie dann einige Anschlussprobleme, etwa, dass das Gewicht des einzelnen Abgeordneten sehr stark abnimmt. Wenn sie eine Minimal Winning Coalition haben, vielleicht mit einer einzigen Stimme Mehrheit im Parlament, dann hat jeder Abgeordnete dort unglaublich viel Einfluss, weil es kommt auf ihn an. Wenn sie eine Oversized Coalition haben, die sozusagen 120 mehr Abgeordnete umfasst, als für die Mehrheit im Parlament notwendig sind, dann kommt es auf den einzelnen Abgeordneten eigentlich gar nicht mehr drauf an. Denn bis man 120 zum Dagegenstimmen gewinnt, muss schon unglaublich viele schiefgehen. Da können dann Regierungen bequem durchregieren, was damit Demokratie so furchtbar viel auch nicht mehr zu tun haben muss. In der zweiten Spalte, nachdem Sie in der ersten gesehen haben, dass der häufigste Kabinettstyp die Einparteien-Mehrheitsregierung ist, dann kommen die Minimal Winning Coalitions, dann die Oversized Coalitions. Wenn wir in die zweite Spalte gehen, dann sehen wir die Anzahl an der Regierung, wie häufig kommen in westlichen Demokratien welche Regierungstypen vor. Am häufigsten sind die übergroßen Koalitionen, aus welchen Gründen auch immer. Am zweithäufigsten dann diese Minimal Winning Coalitions und die andere Reihenfolge können Sie sich dann klar machen. Oversized Coalitions, ja es kann einfach sein, dass wir ein Parteien-System haben, wo so viele kleine Parteien einander so spinnefein sind, dass man mit denen nicht gemeinsam eine Koalition machen kann, wo aber ein oder zwei von denen nicht ausreichen, um überhaupt im Parlament eine Mehrheit hinzukriegen. Ja, dann müssen die zwei größten Parteien zusammenrückern, was wir in Deutschland im Trend hin zu großen Koalitionsregierungen ja lange Zeit beobachten konnten. Und wie stabil sind diese Regierungen? Tja, am stabilsten sind, wen würde es wundern, die Einparteien-Mehrheitsregierungen. Dann kommen die Minimal Winning Coalitions, weil in diesen die Regierung sehr intensive Kommunikation in die regierungstragenden Parteien hineinbetreiben muss, um ihre, meistens sehr kleine, mehr zu sichern. Wenn man aber alle möglichen Bedenkenträger verlässlich einbindet und über Q-Händel zwischen verschiedenen Abstimmungsprojekten hinweg Vertrauensvorschüsse gibt, die man am Schluss wieder einzahlt oder zurückzahlt, dann kann sowas durchaus auch sehr stabil werden und die anderen Koalitionen sehen Sie dann anschließend. Das gibt Ihnen dann ein Gefühl dafür, wie in parlamentarischen Regierungssystemen Stabilität bewirkt werden kann. Und wenn Sie das Ganze verbinden mit der Einsicht, dass man hier sozusagen die Wahl zwischen Sküller und Charybdis hat, Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht, entweder wird die Bevölkerung fair repräsentiert und man hat keine stabilen Regierungsmehrheiten oder die Bevölkerung wird nicht fair repräsentiert, dafür hat man Regierungsstabilität, dann haben Sie eines der Dilemmata von demokratischen Systemen. Und die Hoffnung, dass es politische Systeme ohne Dilemmata gibt, die sollte am besten keiner kultivieren. Was haben wir sonst noch für Unterschiede zwischen demokratischen Verfassungsstaaten? Der zweite Unterschied ist, welche Rolle pläbiszitäre Instrumente spielen. Im einen Extremfall hat man reine repräsentative Demokratien, da wählen die Bevölkerung und Parlamente und die Parlamente machen dann die Politik. Im anderen Extrem hat man Referendumsdemokratien, wo der Bevölkerung das, was politisch getan werden soll, immer wieder und mal und mal zur Entscheidung vorgelegt wird, wobei kein politisches System auf der Welt alle Entscheidungen der Bevölkerung zur Entscheidung vorliegt. Und das Wesentliche darin besteht, der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich jene Entscheidungen vorlegen zu lassen, von der sie die Bevölkerung oder zumindest ein Teil der Bevölkerung wünscht, dass man darüber abstimmen dürfte. Und dazwischen gibt es jede Menge von Erscheinungsformen einer pläbiszitär angereicherten repräsentativen Demokratie. An dieser Stelle müssen wir einige Begriffe klären, die im Wesentlichen auch mit unterschiedlichen politischen Sprachen zu tun haben. In der Schweiz ist die Rede von pläbiszitären Instrumenten nachgerade verhasst. Denn Pläbiszite, das sind für die Schweizer Volksabstimmungen, die unvernünftig sind, wo man das Volk über Dinge entscheiden lässt, die am besten von anderen zunächst mal entschieden werden. Die Schweizer bevorzugen den Begriff der direkten Demokratie, meinen oft das Gleiche wie unser eins, wenn er von Pläbisziten redet, und fassen unter dem Begriff der direkten Demokratie dann auch Dinge, die sehr verschieden sind, wie etwa die Entscheidung über Personen, die man in Ämter wählt, und die Entscheidung über Sachfragen. Weil in der Schweiz, etwa auf den zwei Landsgemeinden, die es noch gibt, in Klarus und Appenzell, zunächst der Landarmann bestellt wird und die Richter bestellt werden in direkter Volksabstimmung, wo man die Hand hebt und dafür oder dagegen ist, und anschließend werden Sachfragen, etwa die Finanzierung von Krankenhäusern und so weiter, beschlossen. Das heißt, hier verwende ich eine spezifische Sprache, die in der Schweiz ganz anders verwendet wird, und man muss einfach wissen, worum es geht. Und das zweite Begriffspaare, das wir brauchen, neben direkter Demokratie und pläbiszitärer Demokratie, das zweite Begriffspaar ist das Begriffspaar von Referendum und Initiative. Eine Initiative ist ein Abstimmungsvorgang, der von der Bevölkerung ausgeht. Die Bevölkerung möchte, dass etwas zum Gesetz wird. Man macht eine Gesetzgebungsinitiative unter verschiedenen Namen. Volksinitiative heißt in manchen deutschen Bundesländern oder Bürgerantrag oder wie auch immer. Oder die Bevölkerung begehrt eine Volksabstimmung mit der Frage, ob ein bestimmtes Gesetz, welches das Parlament verabschiedet hat, in Kraft treten soll oder nicht in Kraft treten soll. Das ist ein Instrument, das es in Deutschland nur sehr verschwurbelt, in Baden-Württemberg und in Hamburg gibt und das derzeit von einer Parlamentsfraktion in Thüringen dort in die Landesverfassung aufgenommen, aufzunehmen, begehrt wird. Warten wir ab, was draus wird. Also Initiativen gehen von der Staatsorgane aus. Die Staatsorgane, die Regierung, eine Parlamentsmehrt oder die Verfassung selbst legt fest, dass eine Frage der Bevölkerung, um das Wort Volk zu vermeiden, zur Entscheidung vorgelegt wird. Wobei die Referenden sich danach unterscheiden, ob es sich um obligatorische Referenden handelt, also um Sachfragen, die der Bevölkerung vorgelegt werden müssen, wie in manchen deutschen Bundesländern Verfassungsänderungen, oder ob es sich um fakultative Referenden handelt, das heißt um Dinge, die der Bevölkerung vorgelegt werden können, aber nicht müssen. Initiative und Referendum sind zweierlei und plebiszitäre Demokratie und direkte Demokratie sind zwei unterschiedlich konnotierte Beschreibungsweisen der gleichen Sache, dass nämlich Demokratie nicht nur durch Repräsentation, sondern eben durch unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten der Bevölkerung verwirklicht werden kann. Das vorausgeschickt blicken wir nun näher auf plebiszitäre Instrumente mit dem Versuch, sich klarzumachen, welche plebiszitären Instrumente einer Demokratie gut tun und welche nicht. Die Faustregel lautet, alle plebiszitären Instrumente, die von der politischen Klasse ergriffen werden können, sind schlecht, also alle, die von ober nach unten wirken, wohingegen plebiszitäre Instrumente, die von der Bevölkerung, von einem Teil der Bevölkerung ergriffen werden können, also von unten nach oben wirken, gut sind. Das kann auch intuitiv einleuchten, bei der Demokratie geht es darum, dass die da oben auf das hören, was wir da unten wollen. Spätestens nach Wahltagen müssen sie das tun, da muss man sich aus den Regierungsämtern trollen, wenn man die Wahl verloren hat und wir finden das für ganz normal. Die Frage lautet nur, soll es zwischen den Wahlterminen auch die Möglichkeit geben, dass die Bevölkerung die Regierenden dazu veranlassen kann, Positionen zu verlassen, die sie bislang bezogen haben. Also, dass jene Instrumente gut sind, die von unten nach oben wirken, es leuchtet ein, weil genau das die Funktionsweise, die ordnungsgemäße Funktionsweise von Demokratie ist. Achtung, es geht nicht darum, repräsentative Demokratie durch pläbiszitäre Demokratie zu ersetzen. Denn repräsentative Demokratie hat einen großen Mehrwert. Der Mehrwert besteht darin, dass es Leute gibt, die sich hauptamtlich ums Politikmachen kümmern können, die von sonstigen Lebenstätigkeiten freigestellt sind, damit sie sich politischen Fragen und politischen Problemen vollzeitig widmen können. Also, Sachkunde, Problemkenntnis, Problemlösungsmöglichkeiten, Entdeckungen machen können, zu denen ein Normalbürger, weil er ihm was anderes zu tun hat, nicht gelangen kann. Repräsentation bringt einen Mehrwert an Wissen. Der Begriff, den Ernst Frenkel, der sozialdemokratische Gründervater der deutschen Politikwissenschaft, dafür geprägt hat, lautet, die Veredelung des empirisch vorfindbaren Volkswillens zu jedem hypothetischen Willen, den die Bevölkerung dann haben würde, wenn sie sich genauso gründlich mit Politik befassen könnte, wie das Repräsentanten tun. Und das ist ein ganz unschätzbarer und wie wir sagen, ganz unverzichtbarer Mehrwert von politischer Repräsentation. Die Frage lautet nur, ob man diesen Mehrwert nicht verkoppeln könnte mit lebendigen Möglichkeiten, auch zwischen den Wahlen von der Bevölkerung aus ins politische System einzugreifen. Das wiederum vorausgeschickt haben, können wir uns jetzt klar machen, worin die fatalen Wirkungen von plebizitären Instrumenten bestehen, die von oben nach unten wirken und worin die guten Wirkungen von plebizitären Instrumenten bestehen, die von unten nach oben wirken. Von oben nach unten wirken fakultative Referendern zu Sachfragen auf Initiative der politischen Klasse. In Großbritannien konnten sich die politischen Parteien nicht einigen, ob sie in der Europäischen Union bleiben wollen oder nicht. Man machte innerparteiliche Spielchen und sagte dann irgendwann, ja mein Gott, die Frage ist so wichtig, Fußnote, und wir können uns eh nicht einigen auf eine Antwort. Das wird die Verantwortung für eine Antwort dem Volk zuschieben. Wir fragen einfach die Leute, wollt ihr in der Europäischen Union bleiben, ja oder nein? Und wenn sie sagen ja, schön, wenn sie sagen nein, auch schön. Und so haben das die Briten gespielt. So könnte man sich vorstellen, da macht man eine Volksabstimmung, wollt ihr den Euro, ja oder nein? Wollt ihr den totalen Krieg, ja? Na, das war eine andere Frage, das muss ich jetzt nicht erörtern. Man kann sozusagen unangenehme politische Fragen dem Volk weiterreichen. Dann bezieht man beim nächsten Wahlkampf keine Prügel, denn entweder die Sache ging eh gut, dann sagt man, ja, wir wollten das ja auch, wie schön, dass ihr auch dafür wart. Oder die Sache geht schief, dann sagt man, na, wir hatten ja eigentlich Bedenken, aber die Achtung vor dem Souverän, dem Volk, hat uns dazu veranlasst, mit unseren Bedenken nicht zu laut zu werden. Ihr habt euch ja informieren können, ihr habt das so entschieden, jetzt tragt gefälligste Konsequenzen. Diese Möglichkeit, schwierige Fragen oder die Beantwortung schwierige Fragen dem Volk delegieren zu können, beschert den politisch Verantwortlichen ein bequemeres Leben, als sie hätten, wenn sie diese Fragen nicht delegieren können, führt zum Versickern von politischer Verantwortung. Man bringt eine Demokratie um die zentralen Vorteile repräsentativer Demokratie, dass nämlich die Repräsentanten mit ihren politischen Karrieren dafür haften, dass ihre Politik A, überhaupt funktioniert und B, auch noch der Bevölkerung gefällt. Oder C, dass eine mit dem anderen nicht zusammenpasst, was ja auch häufig vorkommt. Also fakultative Referendern zu Sachfragen auf Initiative eines Staatspräsidenten, einer Regierung, einer Parlamentsmehrheit oder einer Parlamentsminderheit, das ist des Teufels. Überall, wo das versucht worden ist, ist am Schluss die Macht zur Regierung gelangt und sind quasi diktatorische Systeme, bis hin zu echt diktatorischen Systemen entstanden. Schlimmstes aller Beispiele, ein Staatspräsident, der gerne im Amts bleibt, weil er sich da gut bereichern kann, stellt dem Volk die Sachfrage, soll die Präsidentschaft auf Lebenszeit eingeführt werden, ja oder nein? Und denke fälligst daran, seinen Guten wie mich kriegt, der so schnell nicht wieder. Tja, da gibt es den Präsidenten auf Lebenszeit und das ist ein Diktator. In Afrika mehrfach genauso zustande gekommen. Von unten nach oben wirkend sind andere Instrumente, nämlich die Volksgesetzgebung, die wir in allen deutschen Bundesländern haben. Ein Teil der Bevölkerung kann Unterschriften dafür sammeln, mit denen begehrt wird, dass das Parlament ein bestimmtes Gesetz gibt. Oder kann einen eigenen Gesetzentwurf einer Volksabstimmung unterziehen, mit Einzelregelungen, die ich jetzt nicht beschreiben kann. Die gesetzgebende Gewalt kann dann auch von der Bevölkerung ergriffen werden. Und das hat dann zur Folge, dass die politische Klasse es sich nicht leisten kann, Regelungslücken dort zu lassen, wo die Bevölkerung meint, es solle sie nicht geben. Stellen Sie sich vor, wir hätten in Deutschland die Möglichkeit der Volksgesetzgebung auf Bundesebene und stellen Sie sich die Frage, ob es dann immer noch so wäre, dass wir kein Einwanderungsgesetz hätten. Hätten dann nicht vielleicht vor so 10, 15, 20 Jahren die Grünen eine Unterschriftensammlung gemacht, um den Bundesgesetzgeber dazu anzutreiben, ein Einwanderungsgesetz zu formulieren? Oder hätten das vor zwei Jahren nicht die schwarzen Teile der Bevölkerung gemacht? So aber haben wir bis heute hier eine Regelungslücke, weil die politische Klasse sich an dieser Stelle nicht die Finger verbrennen will. Von unten nach oben wirken auch obligatorische Referendern. Das heißt Referendern, die durchgeführt werden müssen. Also wenn eine Verfassung geändert wird, braucht es in etlichen deutschen Bundesländern ein Referendum. Oder bei Fragen über die Veränderung des Gebietstandes der Europäischen Union braucht es in einigen europäischen Ländern ein Referendum. Dann weiß die politische Klasse immer, hier kann ich nicht durchregieren. Ich kann nur das durchsetzen, was referendumsicher ist. Und das schränkt die Verhaltensmöglichkeiten der politischen Klasse durchaus ein. Ist das akzeptabel? Ja, da wäre jetzt die Anschlussfrage notwendig. Ist es denn überhaupt akzeptabel, dass die Macht von Regierenden eingeschränkt wird? So formuliert wird jeder sagen, ja selbstverständlich. Deswegen haben wir ja Demokratie. Damit die Regierenden nicht tun können, was sie wollen, sondern nicht allzu weit oder nicht allzu lange von dem abweichen können, was wir, die Bevölkerung, mehrheitlich wollen. Und dann gibt es noch fakultative Gesetzes- und Verfassungsreferenden, die durch ein Quorum herbeiführbar sind. Dass also die Bevölkerung, wie vorhin beschrieben, Unterschriften sammeln kann, wie viele sein müssen, ist von der Verfassung vorzusehen. Und kommen genügend Unterschriften zustande, dann wird über ein bestimmtes Gesetz oder über eine bestimmte Verfassungsbestimmung eine Volksabstimmung durchgeführt. Mit der einfachen Frage, soll das Gesetz, soll die Verfassungsbestimmung in Geltung bleiben oder nicht? Hier bringt nicht die Regierung politische Verantwortung zum Versickern, sondern die Regierung muss sich immer klar machen, selbst wenn wir versuchen durchzuregieren, weil wir im Parlament eine gigantische Mehrheit haben, müssen die Dinge, die wir tun, soweit populär sein, dass unsere Gesetze eine Volksabstimmung überstehen. In der schweizer politischen Sprache heißt es, Gesetze müssen referendumsicher sein. In Staaten wie dem unseren, wo Gesetze nicht referendumsicher sein müssen, weil es gar keine Möglichkeit gibt, gegen ein Gesetz das Referendum zu ergreifen, müssen die Gesetze überhaupt nicht referendumsicher sein. Sie müssen bloß im Parlament eine Mehrheit finden und idealerweise vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen. Wer aber vor Verfassungsgerichte zieht, der erntet Verfassungsgerichtssprechung, unterschränkt die politischen Spielräume von Regierenden ein und am Schluss sagt dann die Regierung, wir können gar nichts mehr tun, weil die Verfassungsgerichte uns vorschreiben, was wir zu tun haben. Das ist ein Triumph des Rechtsstaates, hat aber mit Demokratie dann nicht mehr allzu viel zu tun. Was einer der Gründe ist, warum die Schweizer sich bis heute strikt weigern, Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene einzuführen. Der Wille des Volkes soll durch kein Verfassungsgericht eingeschränkt werden können. Sie sehen also, wo die politische Musik spielt. Bei Referenden von unter nach oben ist die Macht der Regierenden eingeschränkt. Bei Referenden von oben nach unten wächst die Macht der Regierenden ins Unermessliche. Und wenn Sie das kapiert haben, dann verstehen Sie auch, warum die Frage völlig verfehlt ist, die da lautet, bist du für oder gegen plebiscitäre Instrumente? Ja, für die Richtigen kann man schon sein, aber für die Falschen niemals. Gegen die Falschen soll man sein, gegen die Richtigen aber nicht. Aber weil in diesem Lande so wenig Kenntnis darüber besteht, was die realen Wirkungen plebiscitärer Instrumente sind, ist unsere Diskussion voll und ganz undifferenziert. Und das Fatale ist, dass den meisten Leuten in Deutschland und anderswo freilich auch, genau die untauglichsten und gefährlichsten, die demokratiegefährlichsten plebiscitären Instrumente dann einfallen, wenn sie über die Weiterentwicklung repräsentativer Demokratie zur unplebiscitäres erweiterten Demokratie nachdenken, dann fallen ihnen nämlich Sachabstimmungen ein. Darum soll das Volk nicht darüber bestimmen, ob wir eine Bundeswehr brauchen oder nicht und wie stark die Bundeswehr sein soll und ob die Bundeswehr in Mali eingesetzt werden soll, ob wir Russland mit Sanktionen überziehen oder nicht. Die Faustregel muss immer lauten, die Faustregel muss immer lauten, die politische Klasse muss in einer repräsentativen Demokratie zunächst einmal das erste Wort haben und sie muss die Pflicht haben, das erste Wort zu sprechen. Die Regierung muss sagen, ob sie für Sanktionen gegen den Staat X oder gegen Sanktionen ist. Aber anschließend muss das Volk, Entschuldigung, die Bevölkerung die Möglichkeit haben, der Regierung zu sagen, nein, wir sehen das anders und ihr, die Regierung, seid die von uns beauftragten und wir sind nicht eure Jubelbürger, die immer Beifall zu klatschen haben, wenn ihr etwas tut. Das ist die richtige Einrichtungsweise einer Demokratie. In manchen Demokratien ist das Verfassungssystem auch so ausgestattet, aber das sind die allerwenigsten. Sie hatten eine Frage. Die politische Klasse ist ein Fachbegriff, der von der Elitensoziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt worden ist und unter politischer Klasse versteht man alle jene, die ihr Gehalt, ihr Essen und Trinken durch Politik machen verdienen und die folglich am Politik machen und an einer politischen Rolle ein ökonomisches Interesse haben und die folglich beim Politik machen in anderen Handlungszwängen stecken, als ich steckte, als ich in den frühen 90er Jahren in einem sächsischen Dorf Gemeinderat war. Ich habe damals schon mein Geld durch meinen Beruf verdient und konnte dann auch jederzeit tun, was ich wollte und musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Verdiene ich meinen Lebensunterhalt durch Politik machen, etwa weil ich Abgeordnete oder weil ich Minister oder Ministerpräsident bin, dann muss ich berücksichtigen, dass mich ein bestimmtes politisches Verhalten um meine Lebensgrundlage bringen könnte. Und genau dieses besondere binnenbezügliche Verhältnis von Politikern zu ihrem Beruf bringt der Begriff der politischen Klasse zum Ausdruck. Wer von der Politik lebt, ist Bestandteil der politischen Klasse, hauptamtliche Bürgermeister, Landräte, Abgeordnete, Minister, Regierungsmitglieder. Wer für die Politik lebt, aber ohne sie genauso gut leben kann, der gehört nicht zur politischen Klasse. Und dann gibt es natürlich Übergangsbereiche, wie den gestern im Fernsehen befindlichen Wolfgang Kubicki, der als Anwalt wesentlich mehr verdient, als er je in einem Parlament verdienen könnte und der folglich nicht von der Politik lebt, sondern wirklich für die Politik, obwohl ihm nicht der deutschen politischen Klasse zuzurechnen, doch gar sehr die realen Umstände verzerrte. Bitte. Sie sprachen vorher von dem, dass parlamentarische Regierungssysteme sehr gut mit der Monarchie auch zusammenfasst. Meine Frage dann ist, warum denken Sie, dass in Spanien nach so vielen Kommissionsfällen in der Monarchie die Bevölkerung dem immer noch zusagt? Weil für ein Staatswesen, das auseinanderstrebt wie das Spanische, ein Monarch immer noch eine sehr bequeme Klammer des Staatswesens ist. Die Katalanen möchten gerne unabhängig werden und diejenigen in Galizien und im Baskenland auch gerne, aber wenn es einen König gibt, ja mein Gott, der ist weder Katalanen noch Galizier, noch Kastilianer, noch Aragonese, noch Andalusier, der ist einfach oberhalb des ganzen Landes und die Krone kann die Einheit des Landes symbolisieren, wie es auch in der spanischen Verfassung steht. Das hat ein paar Vorteile und vom touristischen Wert der englischen Monarchie will ich gar nicht ausführlich reden. Achtung, ich bin schon ein vehementer Republikaner, aber das hält mich nicht davon ab zu erkennen, dass Monarchien ein paar funktionale Vorteile haben. Ich bin aber sehr froh, dass wir diese Vorteile bei uns nicht brauchen. Das grobe Befundmuster bei der Nutzung plebiscitärer Instrumente ist das folgende, wobei zuzufügen ist, dass es relativ wenige Staaten mit vernünftigen oder mit ausgedehnten politischen oder plebiscitären Instrumenten gibt. Schlecht ausgestattet ist unter anderem Kalifornien, wo das plebiscitäre Gewerbe die Staatsfinanzen sehr stark ruiniert hat. Sehr gut ausgestattet ist die Schweiz. Und in der Schweiz kann man nicht erkennen, dass ständige Volksabstimmungen den Populismus Vorschub leisteten. Die meisten Entscheidungen sind grundvernünftig. Es ist auch nicht so, als ob die Schweizer sich vom Staat immer mehr Geld genehmigen würden und den Staat überforderten. Denn die Schweizer dürfen im Unterschied zu den Deutschen über staatliches Geld selbst entscheiden, über Steuersätze, über Kredite, die die einzelnen staatlichen Ebenen aufnehmen. Und das Befundmuster ist, die Schweiz haben für ausgeglichene Haushalte gesorgt, weil sie wissen, sie müssen alles, was sie sich leisten, auch bezahlen. Die Zufriedenheit mit dem politischen System ist dort größer, weil das Argument völlig abwegig ist, der Einzelne hätte keinen Einfluss auf Politik, hat er in seinem Kanton auf gesamtstaatlicher Ebene im Weg des Milizparlamentarismus. Es ist auch die Identifikation mit dem politischen System größer. Und wenn jemand in seinem Leben pro Jahr fünf, sechs, sieben Mal zur Abstimmung geht und dabei immer drei, vier, fünf verschiedene Sachen zu entscheiden hat und, wie es in der Schweiz üblich ist und überall so sein sollte, dann immer ein Abstimmungsbüchlein hat, wo nach Vereinbarung von Gegnern und Befürwortern von Ja oder Nein der Sachverhalt und die Argumente dafür oder dagegen säuberlich aufgelistet werden. Sodass man über konkrete Politik, auch über finanziell wichtige Politik zu Hause reden kann und das im Jahr mehrfach und dass das die Kinder schon mitbekommen, dass die Eltern echt über Politik reden, dann hat das eine erzieherische Wirkung, den Staaten wie den unseren niemals erreicht wird. Wo man ein Jahr den Landtag wählt, über nächstes Jahr vielleicht den Bundestag, irgendwann Kommunalparlamente und wo nie eine Kontinuität im Ernst genommen sein, als auch über Finanzfragen abstimmungsberechtigter Bürger entsteht. Ich rate also jedem, sehr intensiv darüber nachzudenken, auf welche Weise konkrete Demokratien, konkrete repräsentative Demokratien, eine der besten Formen politischer Systeme, die es gibt, durch sinnvolle plebiscitäre Instrumente weiterentwickelt werden können. Fußnote ironischer Art, in früheren Zeiten war es die Linke, die plebiscitäre Instrumente forderte und die Konservativen an plebiscitäre Instrumente gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Jetzt, wo Rechte endlich mal was Sinnvolles erfunden haben oder gefunden haben, nämlich die Verbesserung repräsentativer Demokratie durch sinnvolle Volksabstimmungen, es geht die Linke auf Distanz und wärmt die ganzen alten konservativen Argumente gegen die Volksrechte auf. Einerseits kann man dann ironisch werden und andernseits freilich auch zynisch. Offenbar kam es manchen Leuten nur darauf an, ihre politischen Positionen in wahrgenommenen gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen durchzusetzen, nicht aber darauf, Demokratie institutionell weiterzuentwickeln, deren Institutionengefüge ja gut oder schlecht ganz unabhängig davon ist, ob ich hier und jetzt und in den nächsten fünf Jahren meine Interessen durchsetzen kann oder nicht. Wenn Sie allein diese Diskussion mit nach Hause nehmen und bedenken, dann hat die heutige Vorlesungsstunde schon einen wesentlichen Zweck erfüllt. Wir sind aber noch nicht zu Ende, wir machen noch ein ganz klein wenig Begriffskunde. Die Schweizer schätzen den Begriff der direkten Demokratie. In Deutschland meine ich aber schon sagen zu müssen, dass dieser Begriff zwei sehr verschiedene Sachen miteinander vermengt. Die Direktwahl von möglichst vielen Anzträgern, etwa die Direktwahl des Staatsoberhauptes und damit die Festlegung des Typs des Regierungssystems mit der Entscheidung über Sachfragen, also der Einführung von plebiscitären Instrumenten. Manche Leute sagen, wir wollen in Deutschland mehr direkte Demokratie, deswegen wollen wir den Bundespräsidenten vom Volk wählen lassen und dann muss er natürlich auch mehr Kompetenzen haben. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass das jetzt keine Frage von mehr direkter Demokratie ist, sondern die Frage nach dem Systemtyp, den sie in Deutschland haben wollten und ob man sich an die Stelle eines gut funktionierenden parlamentarischen Regierungssystems ein in der Regel nicht gut funktionierendes präsidentielles Regierungssystem setzen sollte. Beide Begriffe werden miteinander, beide Sachen werden miteinander vermengt und ab und zu meinen Leute auch noch, dass repräsentative Demokratie ein Übel sei, dass man ohnehin durch ständige Volksabstimmungen ersetzen müsste. Dass man also das simuliert, was in der politischen Theorie Identitätsdemokratie heißt, das heißt der Abbau der Unterschiede zwischen Regierenden und Regierten, was Rousseau schon vorschwebte. Das alles sind sehr unterschiedliche Dinge und ich glaube, die sollte man nicht unter einem Griff ziehen. Schweizer werde ich zwar von diesem Roten Kreuz niemals überzeugen können, aber in Deutschland glaube ich täte man gut, wenn man hier präziser dächte oder wenn man schon den Begriff der direkten Demokratie verwendet, das immer tut im Bewusstsein, dass man von zwei völlig verschiedenen Sachen redet. Systemtyp oder Anreicherung repräsentativer Demokratie durch plebiscitäre Instrumente. Im Übrigen haben wir in Deutschland ein besseres Begriffsbar. Wir könnten reden von der personalunmittelbaren Demokratie, wo wir Bürgermeister, Landräte und so weiter wählen und von sachunmittelbarer Demokratie, wo wir Sachentscheidungen treffen. Machen wir noch eine Begriffserklärung, denn in der Alltagssprache und hoffentlich bei Ihnen künftig nicht mehr, gehen zwei weitere Begriffe ineinander über. Demokratie kann sich, so fängt das Argument an, entfalten als repräsentative Demokratie mit all den Vorzügen einer Weiterentwicklung des empirisch vorfindbaren Volkswillens zu jenem hypothetischen Volkswillen, den die Leute hätten, wenn sie sich genauso vernünftig mit Politik befassen könnten und wollten, wie das viele Politiker tun. Und diese repräsentative Demokratie, die nennt man dann häufig nach dem zentralen Repräsentationsorgan, welches immer das Parlament ist, eine parlamentarische Demokratie. Tja, und da spricht nichts dagegen. Demokratie kann sich auch entfalten als eine plebiscitäre Demokratie, als eine Referendumsdemokratie, im Extremfall oder mit entsprechenden Anreicherungen dazwischen. Demokratie kann sich auch entfalten als identitäre Demokratie. In kleinen Gruppen kein Problem. In einem Freundeskreis, sagen wir mal von bis zu zwölf Leuten, kann man einfach im Gespräch miteinander entscheiden, in welche Kneipe gehen wir, wo fahren wir im Urlaub gemeinsam hin. Da braucht es keine Regierenden. Aber wenn die Gruppe auf 120 anschwillt, wird es schon etwas schwieriger. Und wenn 1200 oder 12 Millionen Leute zum gemeinsamen Handeln zu befähigen sind, da geht es nicht mehr mit Identitätsdemokratie. Es ist eine Frage einfach der Größe der Gruppe, die da zu interagieren hat. Und repräsentative Demokratie wiederum kann sich entfalten, einesseits als präsidentielles Regierungssystem, wie vorhin beschrieben, oder sie kann sich entfalten als parlamentarisches Regierungssystem. Leider Gottes verwenden manche Leute aber statt des Begriffs parlamentarisches Regierungssystem den Begriff parlamentarische Demokratie, so als ob ein präsidentielles Regierungssystem keine parlamentarische Demokratie wäre. Als ob der amerikanische Kongress ein an seiner Macht ganz unbeträchtliches Parlament wäre. Und sie reden dort von präsidialer Demokratie, wo der richtige, klare Begriff der des präsidentiellen Regierungssystems wäre. Also verwechseln Sie bitte diese Sachen künftig nicht mehr und versuchen Sie auch im Alltag die Begriffe präzise zu setzen und ermannen oder erfrauen Sie sich sogar Leuten, die Sie eigentlich mögen, einen falschen Begriffsgebrauch vor Augen zu führen und Sie zu bitten, doch künftig präziser zu reden. Ich meine, wir sagen doch auch einem Menschen, der Stromstärke, die man in Ampere misst, in Volt ausdrücken will, dass Volt die elektrische Spannung misst, aber nicht die Stromstärke. Und dass man sich blamiert, wenn man so elementare Sachen miteinander verwechselt. Nicht anders ist es bei der Verwendung von Begriffen für politische Sachverhalte. Soviel zur Rolle plebiscitäre Instrumente. Demokratien unterscheiden sich ferner in der Rolle des politischen Streits. Am einen Ende haben wir das, was sich nennt Konkurrenzdemokratie, wo es völlig klar ist, es ist ganz legitim, unterschiedliche politische Positionen zu haben, als Parteien, als Verbände, als Zivilgesellschaft. Und Demokratie funktioniert so, wie die Bundesliga. Mannschaften mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen Stärken treffen aufeinander von Spieltag zu Spieltag und am Schluss wird abgerechnet. Es gibt die Vorstellung, dass das zu gefährlich ist, dass man sich dann zerstreitet. Und dass man es auf so viel Streit nicht ankommen lassen soll. Das ist nicht unweise. In Gesellschaften, die keinen breiten gemeinsamen Konsens haben, führt politische Streit leicht in Bürgerkrieg. Das wird besonders anschaulich, wenn ich Ihnen knapp vor Augen führe, aus welchen zwei Wurzeln Konkurrenzdemokratie historisch entstanden ist. Wurzel Nummer eins. In Deutschland entsteht unser Verlangen nach Konkurrenz, alle an einen Tisch. Und wir reden miteinander, wir streben nach Konsens und nach Kompromissen, die es erlauben, jedem zu dem, was wir tun wollen, Ja zu sagen. Also wir setzen auf Eintracht. In Deutschland entsteht dieses System nach dem Dreißigjährigen Krieg. Als das katholische und das evangelische Deutschland gelagert, um die Frage, wie viele Rechte der Kaiser im Vergleich zu den Fürsten Deutschlands haben sollte, als die sich unter Einmischung auswärtiger Mächte einen sehr blutigen und deutschlandruinierenden Krieg geliefert hatten. Am Schluss sahen alle Streitparteien ein. Auf Sieg auszugehen, bringt uns nur noch tiefer ins Elend. Es ist besser, sich zusammenzusetzen. Und so wird mit den Friedensverträgen von Münster und Osnabrück ein Regelwerk entwickelt, bei dem man Streit wo immer möglich vermied. Wenn sich im Reichstag die katholischen und die evangelischen Fürsten oder Städte auf etwas nicht einigen kontern, dann beschlossen sie die sogenannte Itio in Partes. Die Protestanten und die Katholiken machten jeweils ihr eigenes Ding. Und schauten, wie sie dann von ihren eigenen Dingen aus womöglich, dort wo es wichtig wäre, Türkenkriege und so weiter, doch zu etwas Gemeinsamem kämen. Und wo kommt die Schweizer Konkordanzdemokratie her? Jene Schweizer Konkordanzdemokratie, wo es eine Zauberformel gibt, nachdem alle politischen Parteien, die im Bundesparlament sind, auch in der Regierung sitzen, so dass es völlig egal ist, was die Schweizer wählen. Die Regierung sieht immer gleich aus. Wo kommt dieses uns merkwürdig anmütende System her? Naja, es kommt aus dem letzten Schweizer Bürgerkrieg, das ist der Sonderbundskrieg im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, nachdem die Schweizer sich eine neue Bundesverfassung gaben und in ihr Volksabstimmungen verankerten. Das Volk kann Verfassungsänderungen beschließen. Und weil in der Schweiz das Spiel so geregelt ist, dass alles, was in der Verfassung nicht ausdrücklich dem Bund zugewiesen wird, in der Kompetenz der Kantone, also der Gliedstaaten liegt, gab es einen starken Anreiz, absolut alles, was irgendwie einheitlich in der Schweiz geregelt werden sollte, in die Verfassung zu schreiben. Weswegen die Schweizer Verfassung sich pausenlos ändert. Weil also alle konkrete Politik vom Volk ausgehend über verfassungsändernde Referenden vollzogen werden konnte, merken dann die Politiker schnell, dass es überhaupt unmöglich ist, im neuen Schweizer System gegen nennenswerte Volksminderheiten anzuregieren. Und als die Schweizer Politiker das begriffen haben oder hatten, dann sagten sie, dann ist es doch klüger, wir einigen uns zunächst einmal im Parlament auf das, was wir alle wollen, sodass eine Volksabstimmung nur noch von einer klitzekleinen gesellschaftlichen Gruppe angezettelt werden kann, die sich von uns, den etablierten Parteien, nicht vertreten empfindet. Das war der Leitgedanke. Man einigt sich als politische Klasse, man macht nach Möglichkeit von vornherein Referendums sichere Gesetze und auf diese Weise kann man in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Bevölkerung regieren. Und die Folge war eben die Zauberformel, dass alle politischen Kräfte gemeinsam regieren und einander nicht überfordern. Das Konkordant-System kommt aus der Erfahrung, dass Streit zu traumatischen Erfahrungen führt. Das muss man nur nicht überall einführen, die Briten sind todglücklich und nicht todglücklich, sie sind glücklich mit ihrem Konkurrent-System. Es hängt von der jeweiligen nationalen politischen Kultur ab. Wenn sie in der Politik sozusagen einen Sportsgeist haben, wie beim Boxkampf, wir gehen mit Fäusten aufeinander los und schlagen auch heftig zu und versuchen, dass der andere K.O. geht, aber nicht, weil wir den Gegner hassen, sondern weil wir gewinnen wollen. Im Idealfall umarmen sich die Boxgegner nach dem Kampf und haben Respekt voreinander. Wenn sie in einer solchen Haltung in politischen Streit gehen, dann können sie wesentlich mehr Streit zulassen, als wenn sie dem anderen schon allein deswegen böse sind, weil er etwas ein wenig anders sieht als sie, was in Deutschland inzwischen zur Mode geworden ist. Wer nicht vollständig mit mir übereinstimmt, der steht wahrscheinlich schon gar nicht mehr mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die allein ich exklusiv und richtig und alternativlos auslege. Dann wird es problematisch. Ich hoffe, ich habe klargemacht, was wünschenswert wäre. So viel Sportsgeist, damit man sich heftigen Streit leisten kann. Denn Konkordanzsysteme führen insbesondere dann zum Stagnieren des politischen Prozesses, wenn es keine vernünftigen Volksrechte, also plebiscitäre Instrumente gibt. Wenn eine politische Klasse eines Teils Streit vermeidet unter sich und möglichst viele Insidergeschäfte macht, aber umsichtig die Bevölkerung davon abhält, punktuell auf politische Entscheidungen Zugriff zu erlangen, dann läuft das wichtigen Leitgedanken von Demokratie zuwider. Nämlich, dass die Regierenden stets in der Furcht des Herrn leben sollen und der Herr in einer Demokratie ist das Volk. Oder präzis gesagt, die Bevölkerung, die schon so lange im Land lebenden, dass sie die Bürgerrechte haben. Bitte. Entgegen einer in Deutschland weit verbreiteten Geschichtslegende haben wir mit Volksabstimmung Deutschland kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Denn in der Weimarer Republik, die angeblich an Volksabstimmung zugrunde gegangen ist, gab es genau drei Volksabstimmungen. Über die Fürstenenteignung, über den Youngplan und über den Bau von Panzerkreuzern, die in Deutschland nicht viel Schaden angerichtet haben. Nicht wegen Volksabstimmungen ist die Weimarer Republik zusammengebrochen, sondern wegen schwachen, verantwortungsscheuen Parteien und wegen der Folgeprobleme von Wirtschaftskrise. Die Schweizer selbst leiden immer wieder daran, dass sie kein Verfassungsgericht haben, welches dafür sorgen könnte, dass Volksabstimmungen, die mit europäischen Menschenrechtspakten nicht in Übereinklang stimmen, nicht zur Abstimmung kommen könnten. Die Minarette-Initiative oder die Ausschaffungsinitiative kollidieren ja mit europäischem Recht und die Schweizer haben keine rechtliche Möglichkeit, das abzuwenden. In Deutschland bedürfen sämtliche Volksinitiative für Volksgesetzgebung einer verfassungsrechtlichen Vorabüberprüfung, ob nichts der Verfassung Widersprechendes begehrt wird. Und fakultative Gesetzesreferenten beziehen sich auf Gesetze, die das Parlament ohnehin schon verabschiedet hat. Und es sind immer die Landesjustizminister oder der Bundesjustizminister, die dafür verantwortlich sind, dass das Parlament keine verfassungswidrigen Gesetze verabschiedet. Das heißt, in einem Staat mit starker Verfassungsgerichtsbarkeit wie dem unseren taucht jenes Problem, das Sie beschrieben haben, überhaupt nicht auf. Bitte. In Deutschland ist es Mode geworden, jemandem, der den Begriff Volk verwendet, völkisches Denkern, Faschismus und Rassismus zuzuschreiben. Und weil man sich dagegen vor Menschen, die das böse willig tun, mit vernünftigen Argumenten nicht wehren kann, verfalle ich hier immer meinen Ironie-Modus und ersetze den Begriff des Volkes systematisch durch den der Bevölkerung. Und wenn der Kosten dann noch nicht gefallen ist, durch den Begriff der schon länger im Lande lebenden, wobei ich das auch gerne tun darf, denn die des Rassismus völlig unverfängend, unverdächtige Bundeskanzlerin hat ja den Begriff des Volkes auch durch den, der schon länger im Lande lebenden ersetzt. Folglich bin ich voll und ganz in Übereinstimmung mit unserer Bundeskanzlerin. Vielen Dank. Ich drücke mich ja nicht darum, sondern durch meine ironische Brechung führe ich Ihnen ja vor Augen, in welche Probleme manche modischen Korrektheiten hineinführen. Und damit erziele ich einen wesentlich größeren pädagogischen Effekt, als wenn ich so täte, als gäbe es die ganze unsinnige Debatte gar nicht. Und Ihre Frage, für die ich sehr dankbar bin, ist der beste Beweis dafür, dass mein pädagogisches Kalkül aufgegangen ist. Worin unterscheiden sich Demokratie noch? Sie unterscheiden sich natürlich in der Rolle von Föderalismus. Besteht als ein Einheitsstaat, wie Frankreich nach der Revolution mit seiner Departementsgliederung, wo der Leitgedanke der war, dieses Frankreich in lauter kleine Verwaltungsbezirke aufzudröseln, in denen ein staatlicher Beauftragter der Perfekt sitzt. Und so war nämlich die Größe des Departements bemessen mit dem dortigen Verkehrsmittel Nummer eins, nämlich dem Pferd, jedes Eck des Departements binnen eines Tages zu erreichen. So etwas ist ein Einheitsstaat. Einen Einheitsstaat, wo die zentrale Regierung sich überall durchsetzt, kann man dezentralisieren. Das ist das, was die Franzosen in den 80er Jahren machten mit der Regionalisierung. Das ist das, was die Briten machten mit der sogenannten Devolution, als die Teilgliedschaften des Vereinigten Königreichs Wales und Schottland wieder eigene Parlamente bekamen und eigene Kompetenzen. Dann kann es weitergehen zu einem Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland oder der Bundesrepublik Österreich, wo zwar die Gliedstaaten verfassungsrechtlich staateneigenen Rechte sind, aber einem Bund eingegangen sind, aus dem sie nicht mehr heraus dürfen. Und am anderen Ende steht der Staatenbund, wo Staaten sich unter Beibehaltung ihrer Souveränität einfach aneinander binden, um gemeinsam bestimmte Projekte zu verwirklichen, wie eine gemeinsame Wirtschaftsunion zu bilden oder gemeinsames Militär zu haben. Und zwischen Bundesstaaten und Staatenbündern hat das Bundesverfassungsgericht in seiner begriffsprägenden Kraft einen weiteren Begriff eingeführt, das ist der Begriff des Staatenverbundes. Ein Staatenverbund, als welchen das Bundesverfassungsgericht die Europäische Union bezeichnet, ist mehr als ein Staatenbund, aber weniger als ein Bundesstaat. Und hier können Sie die Staaten, die modernen Staaten eingliedern und es liegt auf der Hand, dass erst moderne Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten überhaupt die Errichtung von Einheitsstaaten ermöglicht haben, zumindest von solchen Einheitsstaaten, die die Größe eines Stadtstaates mit umliegendem Territorium überschreiten. Solche föderalen Systeme können ganz unterschiedlich institutionell ausgestalten. Das eine sind die Zuständigkeitsverteilungen bei der Politik des Gesamtstaates, bei der Gesetzgebung. Wenn Sie auf die Europäische Union blicken, dann sehen Sie all die Probleme. Die Finanzbeziehungen kann man unterschiedlich ausgestalten. Steht in einem Extremfall alles Geld den Gliedstaaten zu, die dann durch Beiträge den Gesamtstaat finanzieren, wie es im Deutschen Kaiserreich der Fall gewesen ist, oder steht alles Geld zunächst einmal den Gesamtstaat zu, der dann den Gliedstaaten oder den regionalen Entitäten Gelder weiterreicht. Außerdem kann man die Mitwirkung der Mitgliedstaaten an der Politik des Gesamtstaates unterschiedlich regeln. Es kann sein, dass man die Regierungen der Mitgliedstaaten an der Politik des Gesamtstaates beteiligt. Das ist der Fall in Deutschland. Das ist der Fall in der Europäischen Union. Es kann aber auch sein, dass man sagt, naja, wieso die Regierung? Wir sind eine Demokratie. Die Bevölkerungen sollen an der Politik des Gesamtstaates mitwirken. Das heißt, die Bevölkerung wählt Vertreter in ein föderales, gesamtstaatliches Organ. Musterbeispiel ist der amerikanische Senat, dessen Mitglieder von den Bevölkerungen der Gliedstaaten der USA gewählt werden und theoretisch dann die Interessen ihrer Staaten vertreten sollen. Faktisch vertreten sie natürlich die Interessen ihrer Constituencies, das heißt ihrer realen Wahlkreise, wer immer im jeweiligen Staat für sie eben zur Wiedererrung des Mandats wichtig ist. Es unterscheiden sich die demokratischen Verfassungsstaaten nach ihrem Parteiensystem. Die Parteiensysteme wiederum werden stark vom Wahlrecht geprägt. Beim Wahlrecht unterscheiden wir verschiedene Sorten. Das eine ist das Verhältniswahlrecht, wo das Wahlrecht selbst dafür sorgt, dass Präferenzverteilungen in der Bevölkerung abgebildet werden, möglichst proportional in Sitzverteilungen in Parlamenten. Musterbeispiel der Weimarer Reichstag, der ist proportional zur Gesamtbevölkerung zusammengesetzt gewesen. Im anderen Extrem haben wir ein Mehrheitswahlrecht in Ein-Personen-Wahlkreisen, was das Wahlrecht des Vereinigten Königreichs ist. Das ganze Staatsgebiet ist in Wahlkreise unterteilt. Dort wird jeweils ein einziges Mitglied des Parlaments gewählt. Und angenommen, es treten drei Bewerber an und es füge sich, dass im ganzen Land die Bewerber der A-Partei überall 34 Prozent der Stimmen bekommen, dann hat die A-Partei im gesamten Land 34 Prozent der Stimmen gewonnen und besetzt 100 Prozent aller Parlamentsmandate. Das muss man erst mal als fair empfinden. Kann es auch. Für Deutsche, die ans Verhältniswahlrecht gewöhnt sind, wirkt das irgendwie abwegig. Für Briten, wenn es so käme, auch. Aber dass es große Verzerrungen zwischen den Stimmenverteilungen und den Mandatsverteilungen gibt, das halten die für ganz normal. Und dann gibt es noch verschiedene Mischformen zwischen beiden Wahlrechten. Und weil das nicht unwichtig ist, zeige ich Ihnen noch einige Möglichkeiten, wie man das Wahlrecht ausgestalten kann. Mehrswahl ist das eine Extrem, Verhältniswahl ist das andere Extrem. Und das kann man dann irgendwie miteinander kombinieren. Und das macht man anhand der Personalisierungskompetenz der Wählerinnen fest. Das heißt, wie viel Einfluss hat die Wählerschaft darauf, wer genau nun im Parlament sitzt, muss sich die Wählerschaft, die Zusammensetzung des Parlaments personell vorschreiben lassen. Das ist immer dort so, wo es reine Listen gibt, starre Listen, wie in Israel, wie in den Niederlandern. Dort haben Abgeordnete auch keinen Anreiz und auch gar keinen guten Grund, Wahlkreisarbeit zu betreiben. Denn was ist für mich, dass ich auf einer Parteiliste gewählt werde, die niemand verändern kann, der Anreiz Wahlkreisarbeit zu machen? Aufgestellt werde ich dann, wenn meine Partei mich vorne aufstellt. Folglich ist die für mich relevante Gruppe die Partei, die Parteimitgliedschaft und nicht die Wählerschaft. Im anderen Extrem mit hoher Personalisierungskompetenz kann man es so ausgestalten, wie es in den USA der Fall ist und wie ich es für Deutschland auch empfehlen würde. Man darf nur dann bei einer Parlamentswahl kandidieren, wenn man sich das Recht auf Kandidatur in einer Vorwahl erstritten hat. Im Extremfall, für den ich plädiere, wäre es dann so, in Deutschland muss ein jeder, der ins Parlament will, in einem Wahlkreis kandidieren. Er darf dann im Wahlkreis kandidieren für eine bestimmte politische Partei, wenn er sich bei deren Vorwahlen gegen andere Bewerber, die für diese Partei kandidieren wollen, durchgesetzt hat. Und in meinem extrem gewünschten Fall wäre es so, dass die gesamte Wahlberechtigung eines Wahlkreises bei den Vorwahlen sämtlicher politischer Parteien teilnehmen kann. Das heißt, weil ich die Partei B überhaupt nicht will und möchte, dass sie verliert, beteilige ich mich an der Vorwahl und schaue, dass ich die größte Nulpe, die dort antritt, wähle, die wir im Wahlkampf elegant besiegen können. Das hätte sofort einen Anreiz für mich als B-Partei, erst überhaupt gar keine Nulpe auftreten zu lassen, weil der Gegner würde ja Sie wählen. Und Sie merken, dass wir sofort eine Korrekturschleife hätten, um in der Wählerschaft angesehenes politisches Personal fürs politische Spiel zu akquirieren. Und durch Vorwahlen hat der Wähler natürlich einen hochgradigen Einfluss darauf, wer überhaupt auftritt. Dann gibt es noch sowas wie übertragbare Stimmen, das können Sie auf der Folie anschauen, ist nicht sehr häufig, ist aber nicht uninteressant. Es gibt Präferenzstimmen, das heißt, man kann, obwohl man eine Liste hat, die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste verändern. Bayern kennen das aus dem bayerischen Landtagswahlrecht, Sachsen kennen das aus dem Kommunalwahlrecht, da können Sie häufeln oder quer durch die einzelnen Parteilisten Ihre Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen und können Reihenfolge verändern. Und bei einer niedrigen Personalisierungskompetenz der Wählerinnen haben wir die ganze Menge von Möglichkeiten. In England haben wir das System, das in jedem Wahlkreis von einer Partei einer kandidiert, aber den muss man dann wählen oder eben seinen Konkurrenten. Man kann Verhältniswahlsysteme mit Ausgleichsmandaten machen, wie wir es inzwischen in vielen deutschen Ländern und auf Bundesebene auch noch eingeführt haben. Oder man kann die Verhältniswahl personalisieren, wie wir es gemacht haben, dass wir das Wahlgebiet in Ein-Personen-Wahlkreise unterteilen, aber nur die Hälfte der Abgeordneten dort wählen und die andere Hälfte über freilich starre Parteilisten. Hier gibt es also jede Menge von Schrauben, an denen man drehen kann, um eine bestehende Demokratie bestmöglich so auszugestalten, dass einesseits Wählerpräferenzen ziemlich direkt, ziemlich klar in parlamentarische Märten abgebildet werden und dass zugleich idealerweise aus dem Parlament auch starke und stabile Regierungen hervorgehen. Einiges wäre noch über politische Parteiensysteme zu sagen und darüber, wie man sie durch Maßzahlern vergleichbar macht. Darüber mehr in der nächsten Stunde. Alles Gute bis zur nächsten Woche.